Wir haben ja Zeit! Schön, dass es uns an Munition bisher nicht mangelt. Obwohl, das ist bei Leon auch erst später passiert. Der Ereignisbericht, 25. September aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft, das hatten wir aber auch schon bei Dings, ne? Dann lesen wir das nicht nochmal. Ja. Wir wissen ja, was läuft. Ah, da können wir uns gleich durchschneiden. War an der Tafel irgendwas? Ja, da war was. Ne, Karte, ne? Genau. Okay. Dann hier sonst was? Ne. Gut, dann schneiden wir uns mal den Weg frei. Oh. Oh. Pulump. Oh, noch mal ein Brett. Komm, wir wollen es noch vor den Kopf packen. Ach, ja, ja. Wie ein nasser Sack. Ach so, was? Der hat Schlüssel. Da geht es nicht weiter. Oh, nee. Genau, da kommen wir ja noch nicht rein. Es wird nicht bei der Arbeit geschlafen, junger Mann. Oh, das ist nicht hier noch. Schießpulver-Nutzung. Ach so, ja, die Sache. Okay. Ja, komm, dann gib mal her. Komm, lass da noch ein Schießpulver drin sein, dann wäre ich glücklich, aber gut. Munition nehmen wir auch immer mal mit. Ja. Da sind wir gar nicht so böse. Einsatzbericht. Äh, kennen wir. Im Grunde brauchen wir die ganzen Texte da gar nicht mehr zu lesen, ne? Ja. An sich nicht. Also zumindest jetzt hier in dem Bereich nicht. Ob das dieselben Nummern sind von den Tresoren? Hast du die noch? Hast du die noch? Das wäre schön. Ja, du musst aber ausprobieren, welcher das jetzt war. Ja, gut. Aber wir haben ja nur zwei, ist halt egal. Genau, probieren wir. So. Also links neun, rechts fünfzehn, links sieben. Da tut sich nix. Okay, dann nehme ich die an. Warte, ich stehe nochmal auf null. Ich geh mal weg. Genau. So. Okay. Ähm, links sechs. Rechts zwei. Links elf. Okay, dann haben die echt andere Kombination für die. Oder sie kriegt gar keine Kombination, dass sie da gar nicht rankommt an die Tresore. Ja, oder so. Na gut, die hätt ja klappen können. Ja, natürlich. So als alte Panzerknacker. Ja, ja. Achso, die kriegen wir ja trotzdem nicht auf die Tür. Jetzt ist hier jemand wach geworden. Das ist der Einsatz des Anfängers. Achso, das war das mit. Achso. Schlüssel zum Erfolg. Initialien. Unsere Vornamen. Achso. Naja. Brauchen wir das jetzt noch? Das ist die Frage. Ja, wahrscheinlich. Hm. Musst du doch eben gucken. Und die hießen die nochmal? Ähm. 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 Achso. Schatz. Haben gerade zu tun. Echt? Ach, er auch noch. Oh, ich lad erst mal. Ich will ihn direkt in die Mitte runter. Echt? Ach. Ach, nur die vordere Nachnamen. Ne, vornamen, aber das sind hier jetzt schon vier. Na, an jeder Seite drei. An jeder Seite drei. Ach, ja, das war das Ding. Ne. Ja, hier fehlt ja einer. Ne. 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 so dass jetzt noch ja fehlt aber das war doch von ihm das war doch sein oder mit mr wie heißt der junge noch mal es war nicht so ein ach nee das da ist einer hat da nicht irgendwas auf dem boden irgendwo was doch wohl ja doch nicht schnell aber ja das ist doch mal was ja das kannst du schon kombinieren nicht direkt nämlich das ist also ich muss wieder was soll das brett muss das brett muss ja okay aber hat ja doch die zange okay fertig stimmt ja wunderbar danke für diesen hinweis kombinieren mit dem nicht aber dass die die man ja genau nein naja gut werden wir ja schnell wieder dran kommen hoffentlich wird man derzeit nichts finden was uns wieder ärgert dass wir es finden da unten war die tresor da müssen wir also nicht mehr hin was sondern den schließfächer raum aber auch die tasten sind auch noch nicht drin egal das sind andere oder nächstes oder zwei und drei aber es ging ja auch was ohne die sag mal so also mit zwei ging ja gar nichts das war ja da kann man auch obwohl auch scheiße wir haben kein platz genau sollten wir vielleicht erst mal gucken wieso wenn du den platz schon mal so dann kriegen wir jetzt den granatwerfer und der reicht aber den reicht ein platz nicht auf doch doch nee shit dann muss jetzt doch das perfekt scheiß auf das brett dafür brauchst du diese riesen granaten da müsste ich jedoch jetzt auch laden können ich gehe jetzt nicht ausgerüstet doch 5 5 5 5 4 5 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 7 5 also nichts wichtiges was wir jetzt bräuchten aber da war war dann meine Treppe doch da ist eine Kiste her wissen wochen muss man uns nichts von erzählen so wir packen weg aber ich nehme ein rotes kraut um das zu mischen wir brauchen die andere pistole auch mal das ding das mutter das kommt dafür nehme ich noch hatten wir nicht noch hier hat man nicht dann kann das auch erst mal weg hier ja wir wissen es doch und ach jetzt habe ich die andere waffe nicht ausgenommen so niedlich knubbelig überall nur schuss ja die haben wir noch die betonen soweit so gut das ist jetzt die frage ja irgendwie finde ich auch für die keine munition aber da war jetzt ja so ein extra dingen da dann werden wir ja wohl noch munition dafür oder geht das jetzt mit der hier das ist ja mp na gut dann kann man doch noch mal zu kiste eine mischung machen ist die jetzt vielleicht dafür jetzt die letzte auch schneller ok dann können wir ja direkt da oben brett und pflanze holen hier haben wir nur das becken ohne weiteres da müssen wir dann noch den film holen genau wir haben eine rote pflanze die könnten wir dann nämlich direkt mit dieser grünen hier kombinieren dann können wir noch mal hier rein das verstauen naja der spread kann man bestimmt direkt anwenden hoffe ich und das ach komm ich wollte erst noch warte ach so schon was hat man denn jetzt noch vergessen war das weit weg was von ja mitnehmen können ich weiß noch nicht mal mehr wo man die die tasten gefunden hatten ähm hier ja ja hier ja gab